Oh! Keine Loser! Also Kisten, na, ich bräuchte eine Erhöhung an für sich, dann könnte man ja auch dort rüber. Ich glaub, ich hab das nie geschafft, dort hinzukommen. Rein zu den Sternen. Aber so, man kommt irgendwie so hier... Weiß nicht, was das war. Komisch gedöhnt. Ja, warum denn nicht? Ach ja. Ja, hä, wie viel haben wir denn noch? Ich hab das gelöst, das gelöst, das gelöst, das gelöst... Moment. Das haben wir noch nicht gelöst. Kein kleiner Sommer... Ich hab das gelöst. Ah, ein Connector. Ich geh ganz kurz auf sogar. Ich brauch nicht mal die Kiste zu nehmen. Ich brauch nicht mal die Kiste zu nehmen und das Ding aufzumachen. schon lustig. Ach, das ist aber noch nicht. Okay. Du weißt, dass du die Strahlen nicht kreuzen sollst. Ja... Ja... So würde man denken. Ja... 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 B haben wir schon mal geschafft. Geschafft. Jo... Ja... Da brauchen wir glaub ich... Äh, das Bruder brauchen wir noch nicht glaub ich. Oder 6... Das grünes... Ich mach mal das eine grüne mach auf jeden Fall. Vor langer Zeit habe ich diese Welten entsprechend dem Zeck der verborgenen Worte erschaffen. So haben alle Dinge einen Sinn, wo vorher nur Chaos herrschte. Wisse dies und zweifle nicht. Hm. Das Ding tue ich erstmal dort drüber hauen. In simp. Ja, tschüss. Das Ding holen, mitnehmen am besten. Das Ding ist jetzt aus, oder? Jo. Tü, tü, tü. Tü, 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 sagt er. So. Ja, was gelbes. Hm. Oh, was gelbes hier? Mein Angebot. Das rot ist, wüsste ich nicht, wofür man die roten Dinge braucht. Eigentlich nicht. Die haben auch noch was grünes. Ein Bär, aber schon mal auf. Na, da könnte ich ja fast schon wieder aufhaben. Ich brauche ja nur... Ne, das nicht. Ich bin innen eingeschlossen. Ich brauche ja nur ein paar grüne und dann was gelbes. Für das, die Inventilator zum Beispiel. Lüfterdings da gedöhnt. Cool, hier. Nice, Bild. Okay, den Ventilator... Äh, Ventilator... ...zu vorm, heute, glaube ich. Äh, äh... Wollen wir das Ding aufmachen? Oh man... Und das? So. Die Frage... Habe ich hier noch so ein Ding? Ne, ne? Da ist ein Connector, den könnte ich ja... Die brauche ich ja an und für sich. Ah, hier. Ah, da haben wir schon so einen dritten Connector... ...döns. So. Das ist auf. Jetzt muss ich nicht mal das aufhaben, weil ich komme da schon durch. Ja, so in der Richtung wollte ich das haben. Drinnen gefangen. Hm. So, ja, genau. Ja, das können wir das benutzen. Bäm. Hm. Die Runden brauchen wir, glaube ich, gar nicht, oder? Ansonsten, wenn wir sie brauchen... ...dann holst du mir dann irgendwann später wieder. Als ich in der neunten Klasse war, bin ich mit meinen Eltern an. Ach, ich dachte, es läuft jetzt weiter. Ah, die. Ah, die. Okay. Auf zu B. Mal gucken, wie viele Minuten. Ich habe schon eine Stunde, zehn Minuten vielleicht. Mal gucken. Eine Stunde. Ja, schwarz. Stunde, zehn Minuten. Mal gucken, dass wir mal ein bisschen... Morgen kommt ja die... Oh, dann kriege ich ja WhatsApp währenddessen hier. Habe ich aufnehmen. Mal gucken, wer hier mir schreibt. Und die, die ich erwarte. Yes. Ich habe fast schon Provi dabei. Jo, und da geht es jetzt runter. Ein neues Reich liegt vor dir, mein Kind. Ja, ich weiß. Wisse, dass dies ein Land des Todes ist, das aber auch große Schönheit besitzt. Wenn du inmitten dieser Gräber wandelst, denn wir haben all diese Wüsten, die vor dir Dessenfahrt beschritten haben, und die sie dem höheren Zweck dienten, schon immer noch ein Teil bist. Ja. Ein paar gelbe. Hol ich mir direkt mal hier. Am besten... Ich kann hier rein, aber nicht mehr raus. Ähm... Ich bin sicher. Fenster, woher hin? Ach, deine Tür. Also, ich denke mal echt, wie wir dunkel aufnehmen für... Keine Ahnung, mal gucken. Oh, ich bin sicher. Hm. und stu 1 hierhin stellen hier ich könnte nichts davon auch innen nicht aufnahmen als ich könnte da eins hier stellen aktivieren aber der kriegt das ding ich auf ich mache es so vielleicht und gucken ob es klappt hm Warum habe ich den jetzt da drin eigentlich? Genau. So wollte ich das haben. Genau, anders wollte ich das gar nicht haben. Hä? Da hat jetzt irgendwie ganz komisch gedacht, habe ich mir jetzt gerade irgendwie ganz komisch. Gut. Ganz komisch, habe ich jetzt irgendwie nachgedacht. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt da hinkam. Zu den Gedanken. Das war komisch. Strange. Das war's. Was rot ist, ja? Ja, das ist wieder die Frage.